Jeremiah Gates und Aziz Rewey Die Kicks sind zumindest sehr tief, aber die hängen lange in der Luft und dann kommt der Gegenwind. Aber gut, dass sie so lange hängen. Dann kommt das restliche Team besser hin, genau. Also von der Durchführung der Freekicks, wir haben mal abgesehen von dem vorhin jetzt auch ist. Ist das eine gute Kicks?